Norddeutscher Rundfunk 2019 Das ist ein ganz modernes Sechzylindermotoren drin. Das ist ein ganz modernes Sechzylindermotoren. Das ist ein ganz modernes Sechzylindermotoren. Wir sind in einer Pizze S1. Pizze ist der Kunstflugdoppeldecker, den es gibt. Und es ist in den 50er Jahren die erste Pizze konstruiert worden. Und zwar der hat geheißen Little Stinker. Und es ist für Kunstflug für eine Frau, eine Rekanerin, konstruiert worden. Man hat das Konzept davon gemacht. Das ist ein ganz modernes Sechzylindermotoren. Die Klinik hat nun angewendet werden. Und wenn Sie sich vorstellen, der Klinik hat jetzt 2,43 Meter standeite. und ist vermutlich im Maßstab 1 zu 3 hat das original die original Maschine noch nicht größer weil die original Maschine hatte um die 5 Meter 5 Meter 10 Standweite die S1 hat natürlich dann verschiedene Versionen gegeben Doppelsitzer-Versionen und da hat man natürlich auch etwas mehr Spannweite gegeben von mir natürlich in der Schweiz ganz einen berühmten Pilot im angetragenen Kunstbuch der Christian Schweitzer mit seiner S1 ganz legendär in die Kunstbuch von Führergebiet die Piz Doppeldecker werden bis heute noch gebaut das ist eine Firma in den USA die Maschine erstellt respektive Bausätze liefert wir haben hier die Holzsichtchen und die Holmen im Bausatz haben also die entsprechende Bauetappen abrufen der Rumpf ist ein Stahlrohr geschweißter Rumpf der teilweise mit Holzbanden ergänzt ist und nachher mit Sägelstuch respektive heute auch eine Art des ORAC-Cover oder es gibt sogar ORAC-Cover Gewebefolie die für richtige Fluchzeuge einsetzen die dann auch dubel und restruktiv mit dem Föhn gespannen werden und eine Seite gekleppt so dass man die nahe stellen kann stellen ganz schön ist natürlich der Sound von dem VALAC-Motor Zwei-Zylinder zwei Zylinder das klingt schon fast wie das Original das war ja immer ein kleines Problem in irgendeinem Modell es sind relativ hochdrehende Motoren eingesetzt und die Firma VALAC das ist eine tschechische Firma zur Tätung von Tony Clark hat Boxermotoren entwickelt so relativ tiefsorig Zylinder und entsprechend perfekte Sounderzügel der hat auch den Propeller so gewählt dass er noch den wichten sinnenden Saun erzeugt das ist rein Propellerflüsch das sie dort hören jetzt im leerlaufen jetzt im leerlaufen können sie los sind das wunderbar zupfen jetzt ein Boxermotor seit 20 Kilo von Welt 2,43 Meter Spannweite und aus 1,43 Meter als ein in 3,43 Meter 1,43 Meter 2,000 1,43 Meter Saun 2,43 Meter 2,43 Meter 2,43 Meter 2,44 Meter 2,45 Meter 2,44 Meter Das ist doch praktisch, deine Türe. Wunderbar Platz bei dem Wind ist ganz einfach. Ich danke dir, Urs Langhoff, für die schöne Fahrführung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020